Hallo zu einem neuen Video, beziehungsweise zu einem zweiten Video hier aus Steffis Bund. Wir sind jetzt gleich wieder unterwegs zum Dirtpark. Schauen wir mal, die Himmel ist auch wieder dabei. Die grosse Leine der Zerberg ist noch nicht offen. Vielleicht an dem Namen wie der, wir schauen mal. Ich würde jetzt mal sagen, let's go. So. Ich fahre noch eine tschuldige Runde. Aber richtig fahren können wir erst vom Namen hin. Also nicht allein. Die grosse Offen für den Zerberg. So, ich habe jetzt mal direkt den ersten Blumen abgedeckt. Ich glaube, die Möden sind nicht einfach da. Oh shit. Oh fuck. Ja, es ist schon noch sehr nass. Vor allem hier. Ja, ja. Ich glaube... Ja, ja. Ich glaube... Schon... Ja, ja. Schon knapp zu weich, ich glaube. In der Abend sind wir wieder gekommen. Und jetzt fast wieder regnen. Das ist wirklich mega mühsam. Aber... Ich habe jetzt die Idee gehabt, wir können von hier irgendwie da rüberkommen. Hier rein. Ich weiß nicht, ob das geht. Mal schauen. Mal schauen. Ich probiere mal. Das geht auch auf die komplette Tasse. Ja, das wäre schon möglich. Das war... Meine Fälscher. Ich dachte, wir könnten hier irgendwie so eine Weitsprung-Challenge machen. Ich probiere auch mal. Ja. Junge. Die Kurve sind so klein. Ja, jetzt bin ich recht schön. Ja, aber es ist irgendwie... Nicht ultra, wenn ich ehrlich halte. Übrigens, weiss ich dir nicht immer fragen, was es so läuft. Das ist meine Kette. Wenn ich schon ewig... Nein, ob sie es... Zwei Wochen sollte ersetzen. Ja. So. Wrappin. Ja, wir wollen hier. Ja, ich weiß nicht, dass... Ja, wir wollen, wenn ich jetzt hier rauskomme. Ja, ich habe jetzt ein bisschen gefeiert. Ja, wir wollen hier rauskennen. Und jetzt bin ich... Untertitelung des ZDF, 2020 Wie Sie sehen, vom letzten Sprung kommen wir rüber in die Landung, vom letzten Sprung der grossen Line. Vielleicht machen wir uns mal schauen, ob das es gibt. Ja, das geht gut. 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 Ich nehme meine dringer Sprung, es kann laê, wie viele über die Reune g're! Das war...